Frag die Profis ist ein ganz neues Format bei Pilates & Friends. Ihr fragt, die Expertinnen und Experten antworten. Den Anfang macht die Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und äußerst erfahrene Pilates-Ausbilderin und Lehrerin Martina Heul. Ihre Themen sind in dieser Folge Bandscheibenvorfälle und Wirbelgleiten. Uns haben zu diesem Thema eine Menge Fragen erreicht und Martina hat ausführliche und für alle Interessierten verständliche Antworten gegeben. Um das ganze Thema noch anschaulicher zu machen, haben wir mit Martina einen Anatomie-Teil gedreht. Hier erklärt sie sehr bildlich, was ein Bandscheibenvorfall und was ein Wirbelgleiten überhaupt ist. Wie ernähren sich die Bandscheiben, welche Umstände können zu den genannten Krankheitsbildern führen und vieles mehr. Dann wird das Thema selbstverständlich in die Praxis umgesetzt. Dich erwarten zu beiden Themen Sequenzen auf der Matte sowie auf dem Reformer. Wir hoffen, du kannst als Betroffener viel für dein Training erfahren und als Unterrichtender neue Erkenntnisse für deine Teilnehmenden dazulernen.